Wir schreiben das Jahr 1959. Im Pfarrwasser der noch sehr jungen NASA wurde entschieden, ein mit Wasserstoff und Sauerstoff, das Gemisch wird häufig als Hydro-Logs bezeichnet, angetriebenes Triebwerk zu entwickeln und es an eine Stufe zu schrauben. 1961 bekam North American Aviation den Auftrag dieser Stufe, die S2 zu bauen. Dieser fing sieben Jahre später an Geschichte zu schreiben. Im Dezember 1968 flogen die ersten verwegenen Helden Bormann, Lovell und Anders gen Mond. Einen wichtigen Teil des Weges ritten sie auf der S2 der zweiten Stufe der Saturn V. Eine beeindruckende Hydro-Logs Stufe machte den Weg frei für effizientere, günstigere und leichtere, nee Schmarrn, machte sie nicht. Die SLS Kern und Oberstufe sind zu schwer. Wir hatten bereits berichtet. Die Centaur Oberstufe, gepriesen für ihren angeblichen Leichtbau, wird vermutlich erst mit Centaur 5 wieder so leicht wie die S2. Das RL10 ist zwar effizient, dafür absurd teuer, schwer und schubschwach. Das RS25 ist schubstark und effizient, allerdings komplexer als nötig und ebenso absurd teuer. Und im Ganzen setzt die Delta IV Heavy die Krone auf. Teuer, ineffizient und schwer. Warum Ineas und ich zu diesem Schluss kommen, schauen wir uns heute etwas mehr im Detail an. Und ich glaube insbesondere heute mache ich mir Feinde, weil die Delta IV Heavy durchaus sehr begeisterte Fans hat. Aber ich finde die Schwächen müssen auch mal benannt werden. Ich versuche gerade Mars Chroniken zu meinem Beruf zu machen. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann kannst du den Kanal auf viele Arten unterstützen. Du unterstützt den Kanal schon sehr, indem du Mars Chroniken auf YouTube abonnierst und die Videos likest, kommentierst und teilst. Wenn du noch mehr beitragen möchtest, kannst du mich auf Patreon oder direkt hier unter diesem Video als Kanalmitglied unterstützen und exklusive Vorteile genießen. Ohne weiteren Umschweife jetzt viel Space mit dieser Ausgabe. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und heute werfen wir einen kritischen Blick auf die Delta IV Heavy aus dem Hause United Launch Alliance. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Fangen wir mal ganz oben an. Die Oberstufe der Delta IV Heavy ist mehr oder weniger die Basis für die Oberstufe für die ersten Artemis Missionen. Das liegt daran, dass die Exploration Upper Stage noch tief in der Entwicklung steckt. Die Delta IV Heavy Oberstufe wird auch Delta Cryogenic Second Stage oder kurz DCSS genannt. Von ihr gibt es mehrere Versionen, die in kleinerer Version schon auf Delta III Raketen geflogen ist. Die Delta IV Heavy fliegt seit jeher die Version mit 5,1 Meter Durchmesser. Dieser hat mit rund 27 Tonnen Treibstoff auch den größten Tank. So weit, so gut. Aber die kleine Stufe wiegt ohne Treibstoff fast 3,5 Tonnen. Das heißt, das Verhältnis zwischen Treibstoff und Leergewicht ist 7,8. Zum Vergleich, die Oberstufe der Falcon 9 hat ein Treibstoff zu Leergewichtsverhältnis von fast 27. Ist der Vergleich fair? Nein. Der Treibstoff der Falcon 9 Kerosin und Sauerstoff ist viel dichter. Die Tanks können dementsprechend kleiner und leichter sein. Gleichzeitig ist auch die Vakuum Version des Merlin Triebwerks viel leichter im Verhältnis zu seinem Schub. Und die Falcon 9 Oberstufe hat etwa viermal so viel Treibstoff geladen. Das macht es generell leichter das Leer-zu-Voll-Verhältnis zu optimieren. Bestimmte Dinge wie Bordcomputer und Verkabelung sind halt immer gleich schwer und Fertigungssicherheiten brauchen einfach eine bestimmte Mindeststärke bei Schweißnähten und Material. Allerdings wurde die Falcon 9 Oberstufe in den 2010er Jahren von sehr ambitionierten Ingenieuren entwickelt und wird stetig verbessert. Die DCSS hingegen kommt aus den 90er Jahren und wurde im trägen Sumpf von entspannten Cost-Plus-Verträgen entwickelt. Deswegen schätzt Aeneas, wenn die Entwicklungsingenieure bei der DCSS ähnlich motiviert gewesen wären, dass ein Treibstoff-zu-Leergewichtsverhältnis von mindestens 13 statt 7,8 sicherlich drin gewesen wären. Statt den Weg der S2, der Saturn 5 zu gehen und die zwei Tanks für jeweils Wasserstoff und Sauerstoff durch einen Boden zu trennen, ist man faul gewesen und hat zwei eigenständige Tanks gewählt. Als Triebwerk hat die DCSS das berühmt-berüchtigte RL10. Moritz von Senkrechtstarter hat mal ein Video darüber gemacht. Ja, es ist unglaublich effizient und zuverlässig, aber da hört es sich auch schon wieder auf. Durch den niedrigen Brenkammerdruck braucht das Triebwerk eine sehr breite Düse, um die ausströmenden Gase effizient zu nutzen. Die Schubdichte ist also sehr niedrig, was dazu führt, dass nicht viele Triebwerke am Ende der Stufe Platz finden. Im Fall der DCSS ist es tatsächlich nur eins. Dadurch hat die Stufe sehr wenig Schub, rund 11 Tonnen. Dabei wiegen Nutzlast, Treibstoff und Stufe schon fast 60 Tonnen, sofern ein niedriger Erdorbit angestrebt wird. Dementsprechend wird viel Zeit benötigt, um orbitale Geschwindigkeiten zu erreichen. Das bedeutet auch, dass die Rakete viel Zeit damit verbringt, gegen die Erdanziehungskraft zu kämpfen. Das kostet neben der Beschleunigung zusätzlichen Treibstoff. Deshalb ist ein hohes Schubgewichtsverhältnis hilfreich, um Treibstoff zu sparen. Eine Alternative hätte das Mark 60 sein können. Ein Triebwerk mit ähnlich effizientem Zyklus, aber deutlich höheren Brennkammerdruck. Über 100 Bar. Obwohl es mehr als doppelt so viel Schub hätte, wäre es nicht größer, da der Brennkammerdruck eben so hoch gewesen wäre. Das ermöglicht eine kompaktere Bauart. Leider ist das bis heute ein Schubladenprojekt, zwischen Aerojet Rocketdyne und Mitsubishi Heavy Industries. Gut, man muss dazu sagen, dass die Delta IV Heavy eigentlich nicht zum Ziel hatte, Nutzlasten in den LEO zu bringen. Kaum ein Satellit muss dahin. Es geht eher darum, wesentlich leichtere Nutzlasten auf höhere Orbits zu bringen. Da Satelliten ja nicht ständig Treibstoff verbrauchen sollen, um ihren Orbit zu halten. Das ist nämlich der Fall, wenn man in einem 200 Kilometer Orbit fliegt. Nach ein paar Wochen bremst das winzige bisschen Luft, was da noch ist, den Satelliten so weit ab, dass er wieder in die Atmosphäre eintritt. Gut, die Oberstufe ist schon recht traurig im Vergleich zu dem, was mit mehr Mut hätte entwickelt werden können. Aber wie sieht es denn mit den drei Common Booster Cores aus, die die ersten anderthalb Stufen bilden? Leider nicht viel besser. Das ganze Drama fängt mit den RS-68 Triebwerken an. Das RS-68 wird von Boeing hochgelobt, weil es günstiger als das RS-25 ist. Das stimmt tatsächlich. Das RS-25, das Hydrolox Triebwerk, welches das Space Shuttle in den Orbit gebracht hat, war das erste US Triebwerk mit gestufter Verbrennung. Dadurch ziemlich effizient und trotz der schweren Turbopumpe hatte es ein recht gutes Schubgewichtsverhältnis. Durch die Anforderungen der Wiederverwendung und der geringen Stückzahlen liegen die Preise bei um die 150 Millionen US Dollar pro Stück. Das RS-68 hingegen liege bei rund 20 Millionen US Dollar. Statt aber wirklich von RS-25 zu lernen, ist das RS-68 eher eine Degeneration. Es ist wieder ein offener Gasgeneratorzyklus und die Kühlung der Glocke ist ablativ. Das heißt, hier wird die Düse mit einem Material ähnlich dem von Hitzeschutzschilden beschichtet, die dann nach und nach verdampfen und damit Wärme von der Glocke nehmen. Sowohl der Zyklus als auch die Kühlung sind per se nicht schlimm, aber einfach nicht modern und schon gar nicht effizient. Denn während der spezifische Impuls der beiden Triebwerke auf Meereshöhe etwa gleich ist, ist er im Vakuum beim RS-25 durch die gestufte Verbrennung um 40 Sekunden bzw. fast 10% besser. Und bei der exponentiellen Natur vom spezifischen Impuls macht das richtig viel aus. Auch das Schubgewichtsverhältnis leidet unter der Kühlungsbeschichtung. Statt wie beim RS-25 von über 70 liegt es beim RS-68 bei etwa 50. Hätte es denn eine Alternative gegeben? Gut, man könnte einfach das RS-25 nehmen, aber wie gesagt richtig teuer. Außerdem ist das ein Sustainertriebwerk, was versucht sowohl am Boden als auch im Vakuum einen guten ISP zu haben. Der Kompromiss tauscht viel Meereshöhen-Effizienz gegen ein wenig Vakuum-Effizienz. Eine wirkliche Alternative hätte das RS-83 sein können. Ein Hydrolox-Triebwerk, was im Rahmen der Space Launch Initiative skizziert wurde. Diese Initiative war ein Versuch Anfang der 2000er Jahre des US- Verteidigungsministeriums, zusammen mit der NASA die nächste Generation von wiederverwendbaren Raketensystemen zu entwickeln. Leider fehlte auch hier wieder der Mut und wurde im undurchsichtigen Politik-Sumpf wieder eingestampft. Stattdessen hatte das 7 Tonnen schwerer RS-68 seinen Jungfernflug im Jahr 2002. Statt 395 Sekunden ISP auf Meereshöhe und 446 Sekunden im Vakuum, wie es das RS-83 ermöglicht hätte, waren es nun 366 Sekunden auf Meereshöhe und schlappe 412 im Vakuum. Klar, dass es weit mehr als jedes Kerosin getriebene Booster-Triebwerk hätte leisten können, aber dafür hat man nun mal auch die Probleme mit dem Wasserstoff. Der hat im Vergleich zum Kerosin eine sehr geringe Dichte. Wir reden von gut 70 Kilogramm pro Kubikmeter statt 830 Kilogramm pro Kubikmeter. Im üblichen Mischverhältnis mit Sauerstoff erhält man eine Gemischdichte von etwa 360 Kilogramm pro Kubikmeter. Im Vergleich zu knapp über 1000 bei Kerosin und Sauerstoff. Rechtfertigt das aber das Tankgewicht vom Common Booster-Core? Nein. Trocken wiegt der Booster rund 26 Tonnen. Davon entfallen 7 Tonnen auf das Triebwerk, bleiben 19 Tonnen um 200 Tonnen Treibstoff zu beherbergen. Ein Tank-zu-Treibstoff-Verhältnis von 0,095 also. Die S2 wog ohne Triebwerk etwa 30 Tonnen und hatte 440 Tonnen Treibstoff bei einem wasserstofflastigen also weniger dichten Mischverhältnis. Immerhin schon 0,068. Der Space Shuttle Tank war allerdings die Krönung der Gewichtseffizienz. Nur 27 Tonnen Tank für 730 Tonnen Treibstoff. Das Verhältnis hier war also 0,036. Wow! Und auch irgendwie schade für die Delta 4 Heavy. Es scheint hier einiges an Potenzial auf der Strecke geblieben zu sein. Was die Delta 4 Heavy zu einer absoluten Ausnahme in der gesamten Geschichte der Raumfahrt macht, ist, dass sie komplett auf Wasserstoff und Sauerstoff setzt. Wasserstoff ist sehr teuer. Selbst wenn man berücksichtigt, dass man deutlich weniger davon benötigt im Vergleich zu Kerosin oder Methan. Dennoch teilt die NASA diese Liebe zu dem hochperformanten, aber sehr anspruchsvollen Treibstoff mit Eneas. Aber ja, es gibt gute Gründe der modernen Raumfahrt eher wieder auf Kerosin oder Methan zurückzugreifen. Das kann sich in Zukunft vielleicht wieder ändern, wenn wir über nukleare Antriebe reden oder aber die CO2 Problematik von Kerosin und Methan Wasserstoff aus Thermolyse wieder konkurrenzfähiger macht. Dennoch vergleichen wir jetzt mal eine realistisch leichtere, theoretisch immer noch auf Wasserstoff basierende Weiterentwicklung mit der Delta 4 Heavy. Statt dem RS-68 verwenden wir das RS-83 und statt des RL-10 ist es das Mark 60. Und siehe da, bei gleichen Treibstoffmengen, aber weniger Trockenmasse, die sich eher an S2 und Space Shuttle orientieren, mehr ISP und einem höheren Schubgewichtsverhältnis in der Oberstufe, hätte man die Nutzlast fast verdoppeln können. Mit über 50 Tonnen Nutzlast hätte die Delta 4 Heavy eine Schwerlastrakete werden können. Allerdings muss auch dazu gesagt sein, dass die Verwendung von mehreren gleichzeitig gezündeten Stufen bei Neuentwicklungen nur Sinn macht, wenn man über Crossfeed nachdenkt. Wenn man also die Kernstufe von den äußeren Boostern mitversorgt, solange die noch nicht abgeworfen sind. So fliegt die Kernstufe nicht halbleer weiter, trägt also unnötig Tankgewicht. Sowas ist allerdings noch nicht in der Realität umgesetzt worden und ist lediglich ein bekanntes Mittel der Wahl im Spiel Kerbal Space Program. Im Falle der Delta 4 Heavy hat man die Performance Erhöhung durch die seitlich angeschnallten Booster nur gewählt, um nicht ein komplett neues Trägersystem entwickeln zu müssen. Deshalb gibt es ja auch die Falcon Heavy. In beiden Fällen wird die Kernstufe kurz nach dem Start gedrosselt, um noch Treibstoff nach Abwurf der seitlichen Booster zu haben. Kann man allerdings ganz von vorne anfangen, sind seriell gestufte Raketen, also solche, die die Stufen nacheinander abwerfen, meist sinniger. Einer der bekanntesten Raketen dieser Art ist die Saturn V. Diese werden wir uns demnächst auch näher anschauen, hinsichtlich der Frage, was hätte man hier weiterentwickeln können, um eine Alternative zum SLS zu haben. Jetzt stellt sich die Frage, was wir daraus lernen. Nun, ich nehme mit, dass die Annehmlichkeiten eines Cost Plus Vertrages nur zu halbfertigen und semiperfekten Lösungen führt. Dafür gewöhnlich kein Druck von außen vorhanden ist, das System besser zu gestalten. Liegt nicht zuletzt auch daran, dass es zu der Zeit keine besonders große Konkurrenz gab. Versteht mich nicht falsch, ULA hat jahrzehntelang das Rückgrat der Raumfahrt gebildet. Aber ich betrachte ULA als ein hochtalentiertes, aber wahnsinnig verzogenes Kind, dem die Eltern bis spät im Erwachsenenleben alles durchgehen haben lassen. Zum einen, weil die Eltern keine Ahnung von der neuen Welt haben. Zum anderen, aus Mangel an anderen Kindern behandeln die Eltern das einzige Kind wie ihren Schatz. Ja, nicht aufregen. Im Zweifelsfall ein paar zusätzliche Milliarden in die Taschen schieben. Wenn du der Einzige bist, der ein bestimmtes Produkt anbietet, kannst du im Prinzip tun und lassen, was du willst. Du kannst den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Du hast keinen Druck besser zu sein und weiterzuentwickeln. Seitdem SpaceX und Co. auf den Markt gekommen sind, hat ULA das Ende von zwei ihrer Raketen angekündigt. Richtig. Auch die Atlas 5 aus dem Hause ULA wird Ende des Jahrzehnts in Pension geschickt. Würde euch dazu auch eine Ausgabe mit technisch spekulativer Kritik interessieren, dann kann ich mal mit Aeneas beginnen darüber nachzudenken. So und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ein besonderer Dank geht an Mr. Buttmann, mein neuer Pilot. Danke dir. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. Vada möchte sich mehr mit diesem Nischenthema befassen, da sie Raumfahrt auch als ein sehr wichtiges Thema empfinden. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den Themen Lifestyle, Technik, Musik, Nachhaltigkeit und vieles vieles mehr. Es gibt laufend Gutscheine, Gewinnspiele und zahlreiche andere coole Beiträge. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.